Guten Tag, wie geht's so? Hallo, oh ne! Hast mich direkt in den Fehler getrieben. Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Heute mal zu einem etwas anderen Video, denn heute habe ich mir einen Gast an meine Seite geholt. Ich würde sagen, stell dich mal vor, Kollege. Moin, ich bin Marcel Fischer und freue mich sehr, heute hier dabei zu sein. Ja, danke schön für deine Zeit. Und ich habe zwar gerade so ein bisschen mit, ich sag mal, ein bisschen mit Übelkeit oder sowas zu kämpfen. Das hat übrigens mit Marcels Video zu tun. Das befindet sich ganz oben in der Videobeschreibung. Und wenn ihr euch denkt, warte mal, Marcel Fischer, ist das nicht der, der immer diese Vergleiche zieht? Ganz genau. Und er hat übrigens auch einen deutschen Kanal, liebe Leute. Ja, aufgefasst. So ist es. Und für den haben wir ja gerade noch das Video hier aufgenommen. Ich würde sagen, alles Mögliche, was mit Marcel Fischer zu tun hat, sei es Instagram und die beiden YouTube-Kanäle und auch das Video ist unten in der Videobeschreibung für euch verlinkt. Klickt euch da einfach mal durch. Und wie heißt es so schön? Support ist kein Mord. Also würde ich sagen, here we go. Ja, was machen wir heute? Wir machen heute ein Fünf-Runden-Rennen in Bahrain. Ich weiß, klingt langweilig. Aber deswegen fahren wir auch entgegengesetzt der Fahrtrichtung. Und ich dachte mir mal, wir müssen mal irgendetwas machen, was noch nicht so ganz auf YouTube ist. Und deswegen habe ich den Marcel gefragt, was er davon hält. Und er sagte so, ja, das ist eine ziemlich coole Idee. Das machen wir. Kleiner Vorteil. Er hat ja schon einige Videos dazu aufgenommen, wie man halt einige Strecken rückwärts fährt. Bahrain gehört aber nicht dazu. So, deswegen würden wir sagen, here we go. So, liebe Leute, wir stehen hier an der Start und Ziel. Natürlich falsch herum, so wie es sich auch gehört. Und ich würde sagen, Marcel, 3, 2, 1, go. Go. And it's lights out of the way we go. So, Bremspunkte. Hast du im Kopf? Ja, natürlich. Je neid. Oh Gott, ich glaube, hier ist einer. Ähm. Ähm. Oh. Oh Gott, das ist wie eine komplett neue Strecke. Einmal. Ja. Nein, 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 nein. Oh Gott, der Köpf hier ist ja gefährlich. So geht's? Okay, wow. Oh Gott, ich bin bergunter, nicht berghoch. Nein, ich bin so weit entfernt. Geil. Ja, jetzt mit Windschatten. Äh, ich muss gegenhalten. Oh Gott. Ich glaube, hier ist ein Bremspunkt, oder? Nein. Ja. Scheiße. Aber ich bin zu spät. So, wie geht das jetzt nochmal? Genau, hier. Oh Gott. Der Köpf. Scheiße. Ja. Okay. Ja. Sehr gut, sehr gut. Vollgas. Und raus verschleunigen. EAS benutzen. Ja, aber wir auch. Jetzt könnte es spannend, interessant werden. Ja, jetzt auch. Okay. Dann hast du besser erwischt. EAS. Wie viel EAS hast du noch? Oh, 60. Ich habe es ein bisschen aufgespart. So. Ey, der klingt mir am Arsch. Das muss man ihm lassen. Ich will hier nichts weiter werden. Und ich bin hier, um zu gewinnen. Italienische... Oh, schön. AAAAAAAA! Italienisches Duell. Auf einer Boden. Die habe ich unterschätzt. Weil ich es nicht wissen, Marcel und ich haben die Fahrhelfen alle aus. Kein ABS, keine Linie oder sonst was. Nicht nur für dieses Rennen, auch sonst so. So. Oh Gott. Das müssen wir mal als komplettes Liga-Rennen machen. Da würden sie aber auch alle verzweifeln. Oh, ja. Jetzt hier den Körper nicht berühren, der ist böse. Also wenn ihr mal klippen kannst du ihn überfahren, das würde ich mir an deiner Stelle mal ganz genau überlegen. So. Und raus beschleunigen. Ah, das 50er-Bremsbild ist kaputt, aber ich glaube, das brauchst du nicht. Ist egal. Verdammt. Verdammt. Okay, äh, wenn es den Gemisch, ähm... Leuchtet gelb. Ne, rot bei mir. Oh, 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 da hat mal einen kleinen Fehler gemacht. Ah, tata. Ich glaube, da bin ich jetzt das erste Mal vorne. Let's go. Jawohl. Von Tag, wie geht's so? Hallo. Oh, nee. Ist mich direkt in den Fehler getrieben. Switchback. Oh, nee. Was machst du denn? Das war gut. Das war gut. Das hat's endlich mich gedreht. Man hilft, wo man kann. Freunde, guckt euch das Beziehgebisch an. Ich weiß gar nicht, was die alle haben. Oh, wie schnell das... Oh, wie schnell das... Wir sind jetzt in der vierten Runde, ne? Ja. Ich verliere den Überblick, aber... Ich auch. Es müsste Runde vier sein. Hm? Das ist so geil, ey. Das ist so geil, ey. Der S konnte ich nicht benutzen. Äh, nein, da war ein Fehler meinerseits. Ja, ich war auch. Ich bin dir der hergefahren. Ey, mach ich alles nach! Oh, Gott. Ich glaube, ich habe ein bisschen Frontflügelschaden. Was? Lass mich raten. Die Kratzer-Methode, wo es nur ganz, ganz leicht grünlich ist? Ja, so, dass man es nicht erkennt, aber Jeff hat mir eine neue Strategie vorgeschlagen. Der soll lieber Mittag machen. Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Das hier ist eine wahre Challenge, ey. Oh, ja. Du weißt absolut nicht, wo die Bremspunkte sind. Nee. Aber macht auch Spaß. So ist es. Sollten die mal über nachdenken. Wäre auch was für Codemasters, wenn die Stecken rückwärts möglich machen, können sie sich sagen, Oh, wir haben mehr als 50 Strecken. Oder fast 50. 48. Ja. So, letzte Runde, Freunde. Letzte Runde. Ich komme nicht mehr ran. Mein RS ist auch so gut wie alle. Die einzige Chance, glaube ich, dass du einen Fehler machst. Komm, Windschatten. Hilf mir. Oh, nein. Er kommt wieder näher ran. Die Kurve hier, die ist gemein. Ja. Auch im Real Life. Hast du gerade die Abkürzer genommen? Nein. Das klingt aber fast so, als ob du lügst. Hat niemand gesehen. Genau. So, nochmal alles geben. Ah, nein. Letzte Gewelle. Oh, der steht fest. Der war rein. Rückwärtskumpf. Mit Bikes der Wahlstelle. Hurra. Ja. Glückwunsch. 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 Hey, 0,3 Runden Schritt Minos. Das geht klar. So. Feierabend. Juhu. Das war unnötig. So, liebe Leute. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn dem so ist, liken und gerne meinen Kanal abonnieren. Ja, sollen wir sowas häufiger machen? Ich hatte mir gedacht, wenn wir das Ganze vielleicht immer vor einem, sag ich mal, vor einem jeweiligen Rennen-Wochenende machen könnten. Das heißt also, als nächstes dann für den Saudi-Arabien-Grand Prix. Also, sollen wir da aus dem Format machen? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Vergesst nicht, bei Marcel vorbeizugucken. Und ich würde sagen, ja, haut rein. Bis zum nächsten Video. Und ciao. Ciao, ciao. 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 Ciao.